...seiten an und durch ganz bewusst Geschlecht hinter sich an. Ich habe einen Anschluss jetzt auf diese Seite, die kommen. Und so macht das Nihalz. Er hat ganz schöne musikalische Momente, das Jahr. Mit weniger erfreulicher Sachen, als uns auch. Und ich glaube, wenn ihr das mitnehmen, hört ihr ganz in die vollen Varianten, das Jahr ist euer Neue hier. Dann haben wir uns ein 15-Jähriger gemeint. Wir haben verschiedene Aktivitätsverband und hoffen dann selbstverständlich, dass wir Sie wieder einmal die ganz normalen Bum- und Zustände begrüssen können. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und vor allem alles, alles Gute für das 2022. Ich denke zum Singen aus und darf sagen. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten vor euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. ... Untertitelung. BR 2018 Applaus